Hey Freunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Reaction-Video und zwar reagiere ich auf das Video 16 Tiere, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ja, ganz schön creepy. Ich bin ziemlich gespannt, was es da für Tiere gibt in dem Video und ja, let's go! Unser Planet hat viel mehr zu bieten als nur süße, kuschelige Tiere und wunderbar bunte Blumen. Er ist auch mit furchterregenden Wesen bevölkert, von denen wir lieber nicht wissen wollen, dass sie existieren. Halt dich an deinem Stuhl fest, denn wir zeigen dir 16 Tiere, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Versuch nicht zu schreien. Nummer 16 Das Ranking beginnt. Wir beginnen mit einem Tier, das nur um Iran lebt. Wer also nicht vorhat, bald in Urlaub zu fahren, findet dieses Exemplar sicher nur auf Bildern, worüber er sehr erleichtert sein kann. Bei dem Tier handelt es sich um die Spinnenschwanz-Wieper. Diese Schlange lockt ihre Opfer an, indem sie sie glauben lässt, dass ihr Schwanz eine Spinne sei. Die armen Vögel glauben, ihr Abendessen vor dem Schnabel zu haben. Aber sie selbst werden das Hauptgericht auf einem anderen Teller. Nummer 15 Das Meer ist voller Kreaturen, von denen wir Menschen... Also Spinn sage ich schon. Schlangen finde ich tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Ich nehme die auch auf die Hand. Also ich finde das eigentlich... Ich ecke mich jetzt auch nicht vor denen. Ich habe nur schon ein bisschen Schiss, dass sie mich jetzt beißen oder so. Aber sonst habe ich damit gar keine Probleme. Aber ja, das ist schon ziemlich eklig, muss ich sagen. Also die würde ich jetzt nicht auf meine Hand nehmen. Wir Menschen kaum wissen, dass sie existieren. Die riesigen Ozeane sind Heimat von unbekannten Schrecken der Tiefe. Und die wenigsten dieser Tiere können wir uns auch nur in unseren tiefsten Träumen vorstellen. Fischer wurden einst Zeugen eines beunruhigenden Ereignisses. Sie sind einem weiteren Tier auf unserer Liste begegnet. Ein riesiger Sägefisch ist in ihren Netzen stecken geblieben. Was ist das denn? Es ist unglaublich, dass solche Tiere auf unserem Planeten leben, ohne dass wir etwas über sie wissen. Überleg mal! Kaum jemand mag die Tiere, wahrscheinlich weil sie die Füße übertragen haben, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung getötet hat. Aber das nächste Tier ist nicht wie die Ratten, die du bereits kennst. Es ist wie eine Ratte ohne Fell, der sogenannte Nacktmull. Er ist ein Nagetier, das aussieht, als wäre es direkt aus der Hölle gekommen. Es wird über 30 Jahre alt und wird von vielen Alterserscheinungen verschont. Der Albtraum... Also, okay, es gibt ja diesen Nacktmull bei Kempasse, weil den finde ich eigentlich ganz süß. Aber jetzt wird Nacktmull doch nicht so süß, wie ich dachte. Naja, auf jeden Fall nicht so geil. Bleibt dir also ein halbes Leben. Glücklicherweise lebt dieses beunruhigende Wesen nur in Afrika und versteckt sich in unterirdischen Tunneln. Je weiter unten, desto besser. Nummer 13. Während der Ferien wollen wir uns entspannen und ausruhen. Aber das ist kaum möglich, wenn wir eine Wanderung auf einem Inselparadies unternehmen und mutierte Krebsen begegnen. Wenn du dachtest, dass nichts deine Reise nach Südostasien ruinieren kann, dann kennst du die Nummer 13 auf unserer Liste noch nicht. Den Palmendieb. Diese riesigen Krustentiere haben Scheren, mit denen sie sogar Kokosnüsse als Nahrung knacken können. Die gute Nachricht ist, dass sie Vegetarier und größtenteils friedlich sind. Die schlechte Nachricht ist, dass sie manchmal für Taranteln gehalten werden. Das ist ja noch schlimmer. Wenn die aussehen wie Spinnen. Und die Krebsen finde ich ja auch total schlimm. Weil die sehen auch so ein bisschen aus wie Spinnen irgendwie. Und dann... Und dann schau mal vor. Deswegen, das ist ein ganz schlimmes Problem bei mir. Wenn ich am Strand bin. Ich finde, Strand... Strände sind ganz schön und so. Das Meer. Aber für mich ist es auch eine ganz große Überwindung, mit Barfuß den Strand entlang zu gehen. Oder generell ins Meer zu gehen. Weil ich... Quallen auch so... Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie... Oh, nee. Und dann habe ich immer Angst, dass ich so eine Krabbe da... Keine Ahnung, dass ich da... Dass jemand da näher ist. Einfach voll eklig. Also ich weiß nicht. Ich finde das total... Nee. Mag ich nicht. Bei der Schilder vor, dann kommt so eine fette Krabbe. Wie krass ist das? Also schon krass. Muss ich aber auch irgendwie sagen, finde ich auch teilweise auch irgendwie schön. Weil es ist einfach unglaublich, wenn dann so eine Riesenkrabbe vor dir ist. Das ist auch irgendwie so... Schon krass. Aber ich würde dir jetzt auch nicht zu nahe kommen. Aber schon heftig. Nummer 12. An den Küsten von Chile und Peru lebt ein seltsames Wesen. Nach außen sieht es aus wie ein einfacher Stein. Aber innerlich... Blutet es. Die Einheimischen nennen es Piure. Und es ist essbar. Ja, du hast richtig gehört. Das rote Fleisch wird für Eintöpfe und andere Gerichte verwendet. Uuuh. I-Git. Nummer 11. Da wir gerade von Wesen aus dem Meer sprechen, dürfen wir natürlich die Fische nicht vergessen. Aquarien haben uns getäuscht. Nicht alle Fische sind schön. Die meisten Fische, die du kennst, sind sicher so hübsch wie zum Beispiel Nemo. Oder landen als leckere Mahlzeit auf deinem Teller. Aber es gibt noch viel über den Ozean zu lernen. Wir sprechen hier von einem besonderen Wesen. Dem gestreiften Seewolf. Sein Maul ist voller furchterregender Reißzähne. Wenn du ihm in die Quere kommen solltest, ist es empfehlenswert, schnell weg zu schwimmen. Selbst Fischer gehen vorsichtig mit ihm um. Voll gruselig. Denn nachdem er gefangen wurde, beißt er manchmal wild um sich. Nummer 10. Hör auf. Ein Tütenfisch mit Tentakeln ist in Ordnung. Aber dass es sich um einen Landbewohner mit Tentakelmaul handelt, ist schon beunruhigend. Achtung bei der nächsten Kreatur. Die gerade jetzt Löcher in dein Haus reißen könnte. Wir sprechen über die Nummer 10 auf unserer Liste. Den Sternmull. Weil er blind ist, nutzt er seine Tentakel, um die Umgebung zu erkunden. Es spielt also keine Rolle, ob du dich in einer dunklen Ecke versteckst oder nicht. Denn dieser kleine Kerl wird dich sowieso finden. Die Wunder der Natur sind manchmal zweifelhaft. Nummer 9. Pflanzen haben einen sehr schlechten Ruf. Sie sind ungebete Hausgäste und es ist sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Aber sie leben nicht nur an Land. Und ihre Verwandten im Meer sind noch schrecklicher. Riesige Wasserkäfer bewohnen die Flüsse und Süßwasserbecken. Sie können bis zu 12 Zentimeter groß werden. Was du auf dem Bild siehst, ist ein Männchen, das die Eier seiner Jungen trägt. Ein guter Vater. Aber auch ein sehr gruseliger. Nummer 8. Und wir kommen der Nummer 1 immer näher. Oh nein, das wächst für mich. Wenn dir das Wort Aal die Haare zu Berge stehen lässt, hast du noch längst nicht alles gesehen. Aale sind jährliche Fische, die sich wie Würmer durch das Wasser bewegen. Und sie haben einen gruseligen Verwandten. Die Muräne. Ihre scharfen Zähne sehen aus, als wären sie aus Glas. Und sie können ganze Fleischstücke aus den Körpern ihrer Opfer reißen. Ihre Haut ähnelt der eines Tigers. Und sie versteckt sich hinter Felsen, um ihre Beute zu verfolgen und zu verschlingen. Nummer 7. Selbst die hässlichsten Lebewesen verdienen es, von einer Mutter geliebt zu werden. Sei also nicht überrascht, den nächsten Horror auf der Liste zu sehen. Eine Tausendfüßler Mutter, die ihre geliebten kleinen Eier umarmt. Das Bild ihrer dutzenden Beine und der durchsichtigen, luftballonartigen Eier ist ebenso beunruhigend, wie es seltsam zart ist. Nummer 6. Leute, ihr wisst gar nicht, ich übertreibe auch nicht, wirklich, es ist, oh, ich kann, ne, das ist total schlimm. Ich finde es so eklig. Es ist saueklig, ehrlich jetzt. Boah, die Gänsehaut überall. Aber als ob das nicht schon genug visuelle Folter wäre, das nächste Tier wird dich erstatten lassen. Es ist ein Parasit, der sich mit Zähnen und Krallen an der Zunge von Fischen festsetzt. Sein Zweck ist gruselig, Blut aus der Hauptschlagader zu saugen, um sich zu ernähren. Dieser zarte Käfer heißt Zymotoa exigua und lebt im Pazifik. Oh, das sieht aber irgendwie süß aus. Also irgendwie war auch voll eklig. Ja, ist schon eklig auf jeden Fall. Aber gerade so hat das irgendwie auf jeden Fall total zu groß. Wie wir dir einige Bilder zuvor erzählt haben, birgt das Meer einige der größten Geheimnisse dieses Planeten. Und wir versichern dir, dass es Rätsel sind, die wir lieber nicht lösen wollen. Im gigantischen blauen Ozean schwimmen Kreaturen, die aussehen wie aus einem Horrorfilm. Wie diese Tiere namens Neun Augen, die keinen Kiefer haben und bei denen du sicher dankbar bist, dass du sie bisher nicht kanntest. Neun Augen gibt es seit prähistorischen Zeiten und sie leben sowohl im Meer als auch in Flüssen oder Seen. Sie leben als Parasiten und saugen sich an anderen Fischen fest. Denk also... Flüssen? Seen? Okay, ich gehe nie wieder in irgendeinem See. Also ich hoffe nicht in unserem deutschen See, ne? Guckt euch das mal an. Stell dir mal vor, ihr seid irgendwo am Schwimmen im See und dann, oh Gott, dann hängt da so ein Ding an euch. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Zweimal nach, bevor du ins Wasser gehst. In Galicien und Portugal gelten sie übrigens als Köstlichkeit. Eklass. Nummer vier. Pass auf, dass du bei der nächsten Kreatur keine Gänsehaut bekommst. Ihr Name ist Loa Loa und sie ist ein länglicher Parasit. Ihr Zuhause sind nichts anderes als deine Augäpfel. Dieser Wurm wird von afrikanischen Bremsen auf Menschen und andere Tiere übertragen. Einmal in ihrem Wirt untergebracht, können sie eine vollständige oder teilweise Erbindung verursachen. Die gute Nachricht ist, dass der Wurm chirurgisch entfernt werden kann. Aber wenn die Ärzte ihn nicht erwischen, bohrt er sich nur noch tiefer in den Augapfel hinein. Nummer drei. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Oh nein, Leute. Oh mein Gott, das ist so widerlich. Echt, stell dir mal vor. Echt, das ist ein... Echt, mir tut schon alles weh. Mich juckt alles. Ich habe überall Gänsehaut. Nee, ich... Ich kann mich nicht mehr abbrechen. Das ist so eklig. Warum mache ich sowas? Dass ich mir freiwillig so eine Kacke hier angucke. Welches Tier, glaube ich, kommt mit einer Medaille auf das Treppchen? Aber kennt ihr das? Ihr ekelt euch für irgendwas oder keine Ahnung. Oder wollt irgendein Video nicht sehen. Aber ihr seid so neugierig, dass ihr es trotzdem sehen wollt. Und dann bereut man das nachher. Wie der vorherige Kandidat ist auch die Nummer drei ein Parasit. Die bekanntesten sind Flöhe oder Läuse. Aber um die wirklich schrecklichsten von ihnen zu entdecken, muss man ein wenig Acht geben. Wenn du dachtest, die Zombie-Apokalypse sei noch nicht gekommen, ist das hier der Beweis für das Gegenteil. Das ist eine Käferlarve, die von einer asiatischen Wespe gestochen wurde. Die Wespe legt ihre Eier in die Larve. Und ihre eigenen Larven wachsen darin. Um zu überleben, ernähren sich die Wespenlarven von Eingeweiden. Bis der Wirt stirbt. Das Ergebnis ist dieses Bild aus der Hölle. Guten Appetit. Nummer zwei. Der Gewinner der Silbermedaille ist ein Hai, der tief unten im Meer lebt. Wegen der seltsamen Form seines Kiefers wurde er Koboldhai genannt. Und nein, er ist nicht so gefährlich wie der weiße Hai. Aber sein Körper sieht aus, als käme er direkt aus einem Albtraum. Er ist der perfekte Jäger. Schnell und gefährlich. Sieht man diese Kreatur einmal, vergisst man sie so schnell nicht wieder. Koboldhaie sind zwischen zwei und sechs Meter lang und hellrosa gefärbt. Zum Glück kommen sie meist nicht an die Oberfläche und leben ruhig in tausenden von Metern Tiefe. Zumindest ist das eine Erleichterung. Nummer eins. Es war eine lange Reise vom 16. Platz in der Liste bis zur schrecklichen Nummer eins. Von allen Tieren, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen, ist das letzte zweifellos das Schlimmste. Aber der Schein trügt. Es ist kein riesiges Insekt oder ein wesenvoller Tentakel, sondern ein zarter, kleiner Flussfisch. Aber es kann sich in deinen schlimmsten Albtraum verwandeln. Dieser Wels ist ein kleiner Fisch aus dem Amazonas, der durch die Genitalien der Menschen in deren Körper eindringt. Du hast dich leider nicht verhört. Der Fisch schwimmt in die Harnröhre und verhakt sich dort. Deswegen nennt man ihn Harnröhrenwels. Aber warum sollte es einen solch seltsamen Fisch in einem Fluss geben? Dieser kleine Schwimmer wird vom menschlichen Urin angezogen. Er kann aber in der Harnröhre nicht überleben. Er quält also seinen menschlichen Wirt nicht absichtlich. Aber aus seiner Sackgasse kommt er leider nicht mehr heraus. Das Schrecklichste folgt aber noch. Im Todeskampf verhakt er sich im Körper, wo er dann stirbt. Der Leichnam dieser Fische kann nur durch eine Operation wieder entfernt werden. Weil diese Kreatur für den Menschen am schmerzhaftesten ist, landet sie auf Platz 1 unserer Rangliste. Welches dieser Tiere fandest du am erschreckendsten? Schreib uns einen Kommentar dazu. Alle. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Okay Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hab wirklich am ganzen Körper Gänsehaut. Ich ekel mich. Mich juckt. Ah, alles kitzelt, juckt. Und ich will die Füße nicht auf dem Boden haben, weil ich dann Paranoia hab, dass er irgendwie jetzt so eine Spinne, so eine fette Riesenspinne oder so kommt. Und, äh, habt ihr auch immer so Paranoia, wenn ihr so Horrorfilme oder generell so eklige Sachen guckt, dass dann, uh, das ist total eklig. Okay Leute, äh, ich beende jetzt ganz schnell das Video. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt doch mal in die Kommentare, welches Tier ihr am ekelhaftesten fandet. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben und die Glocke einschalten. Wenn ihr die Glocke angeschaltet habt, dann schreibt es doch auch in die Kommentare mit dem Hashtag Glocke an. Und ich würde mich sehr freuen. Und, ja, wir machen das so. Alle, die die Glocke anhaben, schreiben in den Kommentaren Hashtag Glocke an. Und diese Kommentare werde ich dann liken. Also, wir sehen uns in den Kommentaren. Tschüss!